hey was geht ab youtube herzlich willkommen zurück zu player announce battlegrounds und zum zweiten teil der schönsten fails im april ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt mit mir am start seid und ja es waren ja so viele fels was wir jetzt im april erlebt haben und ich habe noch einiges einiges auf der platte gehabt und das habe ich jetzt zusammen geschnitten und es gibt es den zweiten teil der besten fels im april ich wünsche ganz viel spaß und jetzt geht es machen wir kommen das war ein schott einmal getroffen der ist am haus hinten und 285 2 40 an den blauen turm so anders jetzt weiter kommt er daher ja ändern wir schnell der schalldämpfer ist dann ja so schlafen jetzt mit dem stein verschießen müssen wir haben nicht bewusst woher das kommt ja schalldämpfer kommt man hier raus der beste runde alter da vorne läuft da ja da rennt zum auto wahrscheinlich ja mann weg gehen da raus gehe ans auto und weg der otzi mann der schalldämpfer läuft einfach im auto vorbei wie ich hier nicht treffe ne aber ich kann das nicht beurteilen weil bei zuschauern kamera fiesel bei mir ganz einfach immer nach rechts so ja mann da kannst du jetzt was ab ja das sind auch ein paar hol dir free kills alter hol dir free kills gib ihm der hat nur akm aber die ak ist einfach die beste waffe ich hab ne roten kontinuier boah es packt das gerade ich hab übelstes standet ohhhh close wo man wieder so geile sachen hat weißt du ach mann ey ich hab ne schrotze so machst du das einzige was ich denn du finde ist macheten was ist jetzt für die zwei hohen viziere wo war der denn bei dir wo war der denn vorher wir waren an irgendeinem anderen haus der ist hier oben oder bist du das ach der ist hier unten das bin ich mann ey alter was toll du hast den eigenen abgeschossen mit dir ey schreck lieber dich boah wie geht das ja das sieht man doch man hat n n punkt überm kopf alter ich hab jetzt wie kann man das nicht sehen wie kann man das nicht sehen ich weiß die Ripp von der zone weg soll die vielleicht auch mal machen das ist hau alter wie er mich einfach trifft dreht sich um instant weg ja warum alter was ist das denn hier liegt doch ne akm ok die sind stehen geblieben die sind an den häusern stehen geblieben vor entdeckung wir müssen erstmal in die scheiß zone rein gibt's auch fest dann ja siehst du mir jetzt schießen die Moluchen schießen schon alter von wo denn von wo leute sagt mir die infos biess da unten an der mauer unten an der mauer unten an der mauer an der hausern an der mauer ja ich bin down bin auch da das sind keine guten infos doch bei den häusern und an den mauer direkt bleib stehen Dave das darf doch nicht sein man ja ich bin tot man kann sich ja nicht die schuld miteinander schieben lassen es kann nicht sein dass wir null deckung haben und die gammeln sich da an den häusern rum und die wussten genau wo ihr wart und das war einfach zu easy für die mit der sniper ja vor allem wenn du keine deckung hast ich fahr zu geflame ja ich fahr die um ach scheiße die landen nicht warum ist das auto land drin da ist das auto start your engine buggere 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 das andere auto schon unter hinten fährt unter hinten läuft einer der will den ab weg ab machen der gehört zu dem ich hau den weg alter wirst du weg haben das war doch ein dumpster was die mit so blut von mir hat sie nur geleckt auf einmal was auf sie überschlagen der hat das gar nicht gejuckt die fahren nach gorge pole siehst du gorge gorge pole wie sollte man da hinfahren wenn man von anderen da raus springen kann ja eben da wird es eh noch abgeknallt der GTA 5 style ich drift jetzt hier durch das ding ok ok fast er hat fast geklappt ja oh hier ist einer was ich bin angehäte ich bin down geh direkt in in den haus rein und wird direkt niedergeschossen kann doch scheiner sein ja beste leben wenn da einer ist dann wird da auch ein anderer wir werden ja auch noch andere sein ja aber bonsai auch der ist nackig der kennt bonsai der ist nackig alter geil wie er mich anguckt alter der bock den wegzumudeln ja wie kann man eigentlich hupen geht doch gar nicht oder? äh mit F glaube ich ok ok du wichser ey gut dass du nicht gestorben bist warte mal passiert gar nichts bei mir rüttelt ganz toll hier darfst du wieder fahren alter was bockst du mich? hör mal auf oder? oh man ey ok du kannst dabei sterben das weißt du ja ne alter bockst du mich halflein ja auf das gleiche leben was ich hab hey hey boi der ist zu fern Das wird sich eh hier in der Nähe abspielen, wir können hier schön lupen und abkämpfen, ne? Oh Mann, ey. Abkämpfen, abkämpfen, abkämpfen. Los Leute! What the fuck? Junge, jetzt kann ich hier nicht raus, ne? Gefuckt. Hier sind wir schon Leute, ich weiß, es ist jemand. Oh, ich wurde durch Fallen ausgenockt, weil ich beim Auto komisch runtergestammt bin. Ich hab's geschafft. Hilf mir. Ernsthaft, alleine? Ne, ich red weg. Kameradenschein. Ich kann erwachen, was ich mache. Ey, ihr müsst mal gucken im Stream oder so, wie ich ausgenockt wurde. Bei mir steht, ich wurde durch Fallen getötet. Oh, die sehen dich nicht. Bei mir rennen die alle vorbei. Ja, die sehen dich eigentlich nicht. Mir gut. Schaffst du's denn noch? Nein, ich bin da eingesperrt, Junge. Ich bin da Boden und verblute. Verblute. Soll ich einfach so vorbei versuchen? Ich steig ins Auto einfach. Ich versuch's aber. Ja komm, 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 hier hin. Ja, ich komm. Steig ins Auto, muss dann das Trinken vorbei machen und dann zu mir hin. Ich versuch's scheißegal. Ja, dann hocken wir beide hier das ganze Game. Ja, dann hocken wir beide hier das ganze Game. Kannst du mir ein bisschen Deckung geben? Ja, von hier oben wird noch geschossen. Genau, östlich. Oh. Keine Ahnung, woher das kam. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann dir auch nicht helfen. Bist du? Da bist du. Komm, ich komm zu dir gelaufen. Hier, hinter mir, hinter mir. Ja, ja. Keine Chance. Team Rang 16. Kann er dich auch, oder was? Ja, ja. Ja gut, da konnten wir, wie gesagt, das war blöd, weil wir über die Brücke, die haben uns sofort gesehen, dass wir über die Brücke laufen. Ah, klar, da kann ich nur. Ich hör ihn. Kommst du da? Warte. Über mir, wo ich bin, hier an der Hauswand, über mir ist er. Der ist stehen geblieben. Der hat mich gehört. Oh, ja. Wo? Wo? Wo ist sie doch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Draußen, der läuft, ich höre ihn, der läuft draußen rum, da wo ich gestorben bin. Draußen war, nicht oben. Ich hab schon gleich liegen. Da kann sie auch hinter den Containern versteckt haben. Ich weiß es nicht, von wo das kam. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr dicht. Der versteckt sich irgendwo, der hockt irgendwo und kämmt. So, genau. Auf dem Dach und erster Stock aus dem Fenster. Mach mal Schuss, ich hab nur noch 23. Ey, war das ein Schuss oder was oder was? Da steht auch ein Auto hier. Da steht ein Auto, ja. Da laufen sie. Ich sehe sie auf Nord. Nord, da ist das rote Haus. Nord 15. Da sind sie im Haus drin, ne? Seht ihr das? Die Garage mit dem Dings, da links daneben, das Haus. Da ist, ich weiß nicht, einen hab ich gesehen, der da rumgelaufen ist. Ja, mit dem Rundpunkt. Dann lass uns doch hier auf der Hügel von oben und dann dritten wir die weg hier. Ja. Hier ran auf jeden Fall. Hier ran auf jeden Fall. Im roten Haus waren die? Ja. Ich sehe da hinten einen am Stein. Auf 60. Auf 60 da an den Baumsteinen da irgendwo lieber noch. Da hinten läuft einer am Bunker. Die sind am Bunker. Der kommt jetzt raus. Äh, aus Richtung Nordost, der Bunker. Ich hab ihn einmal gehittet, der ist in die Tür reingelaufen oben. Okay, gut. 30 Sekunden. Auto. Da läuft auch einer aus östlicher Richtung. Richtung östlich Richtung 75, unten ungefähr 300 Meter. Ja. Zwischen den Bäumen. Ich hab ihn. Gut. Okay. Am Bunker hinten, ja. Das ist Auto am Bunker. Die Horn. Hinter uns. Ich bin ausgenockt. Ja, ich sehe sie. Ich bin tot. Ahhhh. Joel. Hä? Ich stehe. hinterm Baum. Wie hat der mich denn bitte getroffen? Der hat mich von da ganz hinten hinterm Baum getroffen? Das kann doch niemals sein. Komm. Ja. Leg dich hin. Ich kann nicht. Ich bin ausgenockt. Ne, ich meine Florian. Ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn auch. Der looted mich. Der looted mich. Die sind zu zweit bei meiner Leiche. Kommt noch ein Auto, aber der fährt vorbei. Der fährt jetzt. Der hält jetzt an. Südlich. Sofort weg. Alter, schieß doch mal, ey. Bapp, 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 bapp. Du hast einen Schuss gelassen. Nein, ich hab dreimal geschossen. Bamm, bam, bam gemacht, dann war ich weg. Sofort. Ach so, der Escape. Der hat mich auch weggehauen. Wo ist er? Welche Richtung? Hast du das gesehen? Aber ich tot bin. Hinter dem Holzklötzen da. Rechts, links. Muss hier irgendwo sein. Schaut gar nicht. Oder sie. Da ist keiner. Wo du gestorben bist. Ganz so schnell kann ich nicht weggelockt. Da vorne. Da einer vor deiner Nase. Wo denn? Hinter dir. Nein. Oh, sag mal. Da. Vor dir. Da ist nix. Der fällt jetzt runter. Links. Links. Da. Siehst du das nicht? Da sind noch zwei. Oh, die Dings ist auch so verpackt, ey. Und unten kriegt einer vor dir, ne? Oben. Auf 330 läuft einer. Hahaha. Ich bin ausgenockt. Alter, rechts, links, oben, hinter dir, vor dir kriegt einer. Und vor dir. Da sind ja auch gleich wieder gestorben. Irgendwie Trick mit dem Fallschirm. Ich komm mir manchmal so langsam vor. Und andere sind so schnell. Ja, halt mit WASD halt arbeiten, ne? Ja, aber weiß nicht. Jetzt zum Schluss ist immer nicht immer langsam. Ja, da ist ein Dutch, ja? Ja. Ja. Der steht immer da. Wollen wir den gleich nehmen, oder? Ja, und dann weiter direkt nach Novo. Von weiter Weg, aber ja. Hier ist noch ein bisschen loot. So, ich bin drin. Novo? Was war Novo? Ach, nach Novo. Da auch die Inselwürze. Novo? Insel? Ach, da. Militärgebiet. Rechter Zipfel. Genau. Container. In der Stadt. Äh. Die Zone ist auch nicht dann so weit entfernt. Na, ist sehr gut. Obwohl wir eigentlich auch zum Power-Plan fahren können, ne? Ja, ich weiß nicht. Egal. Ja, mir ist auch egal. Eins von beiden. Bin ich in der Nähe sogar hier in Bunker eing... Bin ich in der Nähe der Bunker eingang? Ja, da links war Bunker eingang. Hm. Da ist ein Überschlag, genau. Ja. Da fährt noch einer. Da fährt noch einer, ja. Da fährt noch einer, ja. Ach, die Fahrt bestückt mir nicht das Gebiet. Schneller als sie. Ich kann einfach warten auf die aussteigen und dann... Dann kann er wieder einen Schlag geben. Ja, die steigen hier aus. Ja, der ist auch ausgestiegen. Oh, hier sind schon welche. Oh, hier sind schon welche. Alter, der hat mich instant rausgeschossen. Jo. Alter. Wir sind Platz 30 von 30, Alter. Erste Team. Jawoll, das waren die besten Fails im April. Ich danke fürs Zuschauen. Schaltet wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play PlayerUnknown's Battlegrounds. Dann auch garantiert wieder mit den anderen zusammen. Oder mal wieder eine Runde Solo oder im Duo. Vielleicht haben wir demnächst auch wieder ein paar schöne Fails. Oder wir machen mal ein paar Aktionen. Oder wir müssen mal schauen. Also, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euch einen schönen Tag. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020